Die Erfolgsgeschichte vom PLC Interface Relais hat vor 25 Jahren angefangen mit einer Idee, ein Koppel-Relais zu entwickeln, was es so zu diesem Zeitpunkt letztendlich noch nicht gab und was eben alle Vorteile, die ein Kunde haben möchte, mit auf den Weg bekommen sollte. Und die Kunden haben uns dieses Produkt regelrecht aus der Hand gerissen. Das erste Mal dieses Produkt wirklich fertig in der Hand zu haben, das hat einen natürlich schon irgendwie mit Stolz erfüllt, dass wirklich alles so, wie es mal geplant war, tatsächlich auch vom Team umgesetzt werden konnte. Das PLC Interface Relais ist zwar vor 25 Jahren entwickelt worden, man könnte also meinen, es ist ein alter Hut, dem ist aber nicht so. Das Relais wird im Prinzip in allen Branchen der Elektrotechnik eingesetzt. Einer der größten Branchen, die dieses Relais einsetzen, ist der Maschinenbau, aber auch mittlerweile in ganz vielen Bereichen, die eben mit den erneuerbaren Energien und All Electric Society zu tun haben. Das sind Großbatteriespeicher, das sind Windkraftanlagen, das sind Power-to-X-Anlagen, das sind Ladesäulen für die Elektromobilität. Also es gibt unzählige Beispiele. Genauso stolz bin ich jetzt letztendlich nach mehr als 25 Jahren auf die gesamte Produktfamilie. Denn es ist natürlich nicht nur bei diesen paar Produkten geblieben, sondern es ist eine Produktfamilie entstanden mit mittlerweile über 600 Produkten. Wir reden da nicht nur über einfache Kopplerelais, sondern da sind wirklich Spezial-Elektronik-Varianten bei, echte Problemlöser für die Kunden. Und das ist eigentlich das Tolle, dass wir eben eine wahnsinnig komplette und erfolgreiche Familie mittlerweile auch mit dem PLC Interface Relais da tatsächlich haben.